und ja diesmal video blog ich schreibe ich freue mich über abos was vor allem hilfreich ist wenn ihr auch diese glocke drückt also neben dem kanal namen ist so eine glocke das sind eigentlich so die einzigen so echten abos bei youtube man die anderen zählen zwar auch aber wo man wirklich immer benachrichtigt wird wenn nichts verpassen wir es drückt auch die glocke und dann auf alle benachrichtigungen dann verpasst du uns auch keinen live stream auch immer wieder als frage so jetzt aber zum thema eifersucht ja geht jetzt heute um ein partner der extrem eifersüchtig ist wenn du da weiter arbeiten willst kommt auch zufällig gerade passend mein eifersuchts kurs raus beantwortet sowohl viele fragen rund um eigene eifersucht als auch des partners so eine nachricht von katrin skola so lieber christian erstmal vielen dank an dich deine arbeit und alles was du tust auch mir zwischen auf die augen geöffnet und mir besonders nach meinem letzten gescheiterten beziehungsversuch sehr geholfen ich bin ende 20 und habe in den letzten sechs jahren kurze affären und zwei kurze beziehungsanfänger lebt der letzte mit einem mann der meiner meinung nach absolut bindungsängstlich war und ich ein totalen pluspol vielleicht bist du auch ein bisschen passiv bindungsängstlich bei dieser historie mit liebeskummer in der beziehung obsessiven nachdenken und nicht einschaffen können ja empfehle auch immer mein liebeskummer kurs zweithäufigste kurs bei mir im programm nach meinem modul 1 umprogramm des jungs liebeschips so wenn ihr so tiere hört das ist unser zoo wir haben jetzt ein zoo hier zu hause ja das ist ruhiges arbeiten ist nicht mehr möglich ist immer irgendwelche katzen und hunde und irgendwas ist immer diesmal katze die hund anfaucht so jetzt aber mal zum eigentlichen text das habe ich dann aber doch nachdem ich wirklich gar kein ansatz mehr von seiner seite gezeigt wurde nach drei Monaten beendet aber auch ziemlich gelitten danach ja ich weiß ja mal mach die fucking kurse also nicht nur ich würde auch wirklich dieses mein hauptprogramm mal machen dann weil das ist wirklich doch gestern wieder so eine folks mail vorgelesen ist wirklich super wenn ihr eure beuteschema verändern wollt aber wenn ihr noch nicht so weit seid und denkt ja ich will ja lieber weiter was glaube ich viele irgendwo es denken toxi toxi drama dopamin keks haben dann macht einfach weiter offensichtlich habe ich da auch einige themen nun bin ich seit circa vier monaten mit einem neuen mann zusammen wir haben uns im real life kennengelernt und führen eine fernbeziehung circa vier stunden entfernung ich meine ich habe nichts gegen fernbeziehung aber macht vier stunden schon schon ein schönes brett aber machbar sehen uns aber relativ regelmäßig ich dachte erst dass ich mit ihm endlich den richtigen getroffen hatte aber die probleme gegen sehr schnell los und ich würde deine einschätzung oder mich gerne erfahren denn ich weiß nicht ob man ihn oder uns beide als typisch toxi bezeichnen kann das grundproblem auf das immer wieder stoßen ist dass er unheimlich misstrauisch und eifersüchtig ist das macht richtig spaß in der beziehung jetzt muss man gleich sagen es gibt natürlich begründete und unbegründete eifersucht vielleicht hören wir da jetzt noch mehr also ja manchmal macht man auch viel scheiße und da wundert man sich dass der andere eifersüchtig ist aber es gibt definitiv unbegründete eifersucht definitiv als ich ihn das erste mal besucht habe hat er mir vorgeworfen dass ich noch auf ok cupid unterwegs sei und außerdem drogen genommen hatte ich nicht gut das klingt genauso wie so eine beziehung die ich mal hatte mit jemand der extrem eifersüchtig war wo mir alles möglich unterstellt worden ist irgendwie also das ist schlimm dass das ist schlimm das kannst du nicht händeln das kann man was kann man das ist einfach wenn sowas so völlig out of order ist und so völlig neben der spur und und das ist auch häufig projektion erst mal das muss man das ist leider so eine sache die ich auch früher nicht waren wollte das ist häufig projektion wenn leute sie völlig absurde sachen vorwerfen ist drogen also ich würde mich mal überlegen vielleicht habe ich und du vertauscht vielleicht könnte sein naja so wird mir ja auch oft vorgeworfen auf dem kanal ich weiß nicht was ich habe mir schon jede droge vorgeworfen worden weiß nicht weil ich so ein lustiger typ bin also keine ahnung was auch ich habe das auch aber habe ich länger nicht mehr gehabt das auch kriege ich auch oft wird koks nehmen und saufen und das online leben ist schon lustig ist so jetzt könnte man ja meinen die katze würde mal weggehen vor dem hund aber einfach so gut dazu ja so stehen geblieben ich konnte erzählen was ich wollte dass man nicht geglaubt ja das kannst du auch nicht weil wenn du da sozusagen gibt es ja auch diesen spruch versich rechtfertig klagt sich an also in dem moment wo du sagst nein ich habe keinen fall und dann ja denkst du ja toll jetzt wird es noch abgestritten und jetzt guest leitet sie mich noch und aber wie man damit umgeht wie gesagt guck mal in meinen kurs reihen der neuen ist auch das ist thema so nun waren wir auf mehreren veranstaltungen gemeinsam unter anderem hochzeiten einer engen freundin und auch aus der verwandtschaft auf denen er jedenfalls eine riesen eifersucht szene gemacht hat und wir uns anschließend unfassbar gestritten haben ja ich meine streiten bringt ja nichts da kann man nur sagen sorry spinnst du irgendwie kannst du sagen was was soll das aber streiten womöglich noch unter alkohol könnte mir jetzt vorstellen bringt gar nichts und es kommt noch also sorry heute ist echt unser hund ist auch irgendwie auf zwei meter gewachsen also wenn der hier so was sofa anläuft dann wird gleich erschlagen okay ja was willst du da machen da kannst du sagen sorry das ist völlig indiskutabel wie du dich hier verhältst reiß nicht mal zusammen aber ich würde da nicht mit diskutieren wenn da wirklich nichts ist ich meine wenn du jetzt nicht jeden kellner da angegraben hast und ich weiß nicht was und das wirklich nichts ist was ich was ich kenne ich habe sowas erlebt das wirst du irre irgendwie also ich habe beides erlebt das ich meine ich kenne eifersucht auch so ist es nicht aber ich habe beides erlebt dass unbegründete mal versucht und auch ja dass ich menschen komplett an dem partnerin komplett daneben verhalten haben auch erlebt ich bin es auch kein perfekter mensch also nicht dass das der noch jetzt ansteht hier aber ja ich kenne das also diskutieren und vor allem streiten womöglich nur unter alkohol das bringt gar nichts aber ich verstehe das problem das ist natürlich unfassbar peinlich auf seiner hochzeit im familienkreis das geht natürlich gar nicht mehr das geht gar nicht also das kann man ja auch dann tag später mal besprechen aber das ist einfach fucking out of order auf einer hochzeit im engsten familienkreis sonne show abzuziehen es geht einfach gar nicht aber gut da musst du ja auch mal dein beuteschema angucken ich das muss leider jeder der solche menschen so das sind auseinandersetzungen in denen ich ihn nicht wiedererkenne und ich nur noch vor ihm weg möchte was in den letzten situationen schwierig war ja also was auch immer er da vielleicht erlebt hat das wissen wir gesagt eifersucht auch das gehe ich einen kurs kurz auf einen kann ja auch muss ja nicht immer unbedingt wurzel in schwierigen beziehungen haben sondern kann auch wurzel in kindheitssituationen haben und ja offensichtlich geht er dann schmerzkörper aber das not your fucking job was willst du denn da machen wenn du nichts gemacht hast du hast nichts gemacht ähm wir haben uns nach dem letzten streiten schon getrennt aber dann doch entschlossen es nochmal zu probieren wobei er es eigentlich nie wirklich beenden möchte ja wie gesagt man muss einfach sich mal im spiel gucken muss sagen ich stehe irgendwie ganz schön auf drama kann das ist es ist einfach kein zufall wenn man immer wieder solchen themen konfrontiert ist oder immer wieder on off hat oder so aber gut wir bleiben mal beim eifersucht thema heute leider sieht er auch nur in selten klaren momenten ein dass er ein problem mit misstrauen und eifersucht hat ja das kenne ich da kannst du nichts machen da kannst du nichts machen was willst du da machen willst du sagen hier ist mein handy hier guck hier ist mein handy dann ja vielleicht hast du ein zweithandy vielleicht kommunizierst du über den geheimen militär chat mit deinem spaus ist da irgendwie und ich krieg's nicht mit und jetzt legst du mir dein handy vor guest lightest mich hier da kannst du nichts machen äh ja er hat mir von seiner und ich ja er will dich an seinem thema arbeiten da will ich mich auch gar nicht rausnehmen aber an diesem punkt ist er der jene der immer wieder konflikte auslöst ja klare klare mail er hat mir von seiner ex-rollen erzählt die einen drogenproblem hatte und fremdgegangen ist und jetzt glaubt er ich würde das gleiche tun also es ist meine erfahrung immer nicht nur die eine ex-beziehung wo irgendwas passiert ist da ist häufig sie so ein eisberg wo man nur ein siebtel sieht und da drunter sind noch sechs siebtel von denen du gar nichts weiß also entweder noch viel mehr sowas oder oder eben ich will mir jetzt nichts unterstellen aber ist das vielleicht selber drogen nimmt oder vielleicht waren sie in der drogenszene just saying es gibt menschen die so ein bisschen emotional instabil sind die haben riesenprobleme mit projektionen aber kann ich weiß es natürlich nicht habe keine glaskohol äh wir können eigentlich kein wochenende verbringen wenn es nicht zu streit wegen seiner eifersucht kommt ja kannst du keine beziehung mit führen wobei er zum beispiel findet dass ich zu viel und zu negativ mit meinen freundinnen über unsere beziehung rede du kannst mit deinen freunden das geht dir einfach nichts an das soll man mit einfach so nichts zu tun das geht dir einfach nichts an und wenn du da von morgens bis abends mit einer freundin redest ich meine du hast ja auch einen grund warum damit ihr redest also sorry und er sie deswegen nicht mehr mit gutem gefühl treffen könne ja aber wer ist denn da der auslöser das fühlt sich bereits jetzt dermaßen verkorksam ich habe das gefühl dass wir über die geschehen ist ja nicht mehr in weg kommen also ich finde das eine fucking red flag ja klar guckt dann immer noch mal kurz ob das nur so ein anfangs problem ist aber nach vier monaten trotzdem habe ich die hoffnung was für eine fucking hoffnung das ändern sich doch nichts auf welcher also das ist immer wieder es ist wahnsinnig wenn ich es nicht selber lebt hätte könnte ich mir das gar nicht vorstellen wie man hoffnung haben kann wenn jemand sich immer wieder konsistent fucking scheiße verhält immer wieder jedes fucking wochen auf welcher basis hat meine hoffnung die gibt es nicht die basis die ist einfach existent so dass es sich mit der zeit vielleicht noch gibt dass er vertrauen fassen kann ja das ist ich will das jetzt nicht ausschließen dass es ab und zu mal vorkommt aber das ist das ist ein riesen irrtum dem habe ich auch begangen das ist diese idee man könnte selber was tun dass der andere nicht so völlig out of order eifersüchtig ist wenn eigentlich gar nichts passiert ist das ist ein fehlschluss da kannst du also das komische ist manchmal das ist jetzt wirklich eine absolute idee die ich ein paar mal gehabt habe ich weiß nicht vielleicht könnt ihr mal kommentieren ob ihr das nachvollziehen könnt ich habe manchmal das gefühl wenn man wirklich in solchen beziehungen jetzt nicht allgemein nur in solchen beziehungen wenn man da wirklich wenn du wirklich so bad women unterwegs wäre und du würdest wirklich scheiße bauen hinter seinem rücken ich könnte wetten dass er nicht so eifersüchtig wäre verrückte idee aber weil er kann da auch offensichtlich nicht mit umgehen mit einer frau die irgendwie loyal ist so ne das kommt vielleicht kennt er das auch gar nicht und äh das ist manchmal manchmal glaube ich tatsächlich ein grund für eifersucht dass man sich nicht vorstellen kann dass ein mensch irgendwie nicht scheiße baut und dann dann gehen die projektions richtig durch die decke hört ihr mal was nicht ob ihr das auch schon mal erlebt habt also ich habe mich sowas schon öfter mal gefragt so also das wird sich nicht geben denke ich aber gut kann es ja noch abfahren aber das wäre schon passiert nach vier monaten so dass er vertrauen fassen kann wir doch noch happy zusammen sein können was ich wirklich bin wenn wir uns nicht streiten ja aber das ist deswegen mein wenn er das wirklich macht in meinem modul eins wenigstens irgendwann mal da ist ja auch unter anderem thema standard weil das ist meine ansicht ist das ein deal breaker und das wird nicht die recker kann man nicht aufwiegen da kann noch so viel nebenan schön sein stell dir vor dass ein vier gänge menü so drei gänge sind super aber im vierten gang kommt dein geld und nimmt den teller und schmeißt dir den nachtisch in the face und verrührt alles in deinem gesicht und würdest dann auch sagen ich probiere das mal öfter aus vielleicht halten wir nächstes mal durch bis zum vierten gang weil die ersten drei gänge waren ja gut da ist ja gar nichts passiert das war doch wunderbar vielleicht ist es beim nächsten beim vierten gang nächstes mal geht vielleicht gut vielleicht schaffen wir den nachtisch nächstes mal das würdest du doch ordentlich machen da würdest du auch sagen sorry ich gehe mit niemandem essen der mir den nachtisch ans gesicht schmiert aber also in beziehung machen wir das in beziehung sagen wir ja ist doch nicht schlimm ist doch nicht schlimm das ist so fucking crazy mir fällt es schwer diese beziehung einfach hinzuwerfen ja da musst du mal gucken das kannst das warum ich meine das wird jetzt so weit gehen das alles wieder aufzudröseln hier das habe ich ja in x videos gemacht mache ich meine kursen da musst du gucken warum du warum dir das erhaltenswert erscheint denn abgesehen von diesem thema ist er seitdem mal wieder jemand mit dem ich mich wohlfühle zu dem ich ehrlich und meistens auch ich selbst sein kann ja warum fühlst du dich zu diesem typ mensch wohl das ist die frage die du angucken musst also nicht dass da jetzt in sich ein böser mensch ist man wir haben alle unsere verrücktheiten aber warum findest du das beruhigend zu hause das muss man sich angucken gell das ist dein job ne ich glaube dass diese ständigen auseinandersetzungen uns weiter auseinander treiben und dann nicht mehr viel übrig bleibt ja also das braucht man kann ich glaube ich keine glasgülle für ich merke jetzt bereits wie sich meine gefühle für ihn verändern und ich ist dann distanzierter bin naja wie gesagt du musst vielleicht hast du auch ein thema mit so auch menschendates wo einfach nichts rauskommen kann aber ich meine es ist auch eine frage des alters sage ich jetzt hier mal so ja also ich meine ich hatte noch viel länger mit zu tun als du die 20er aber ich würde sagen in den 20 jahren kann man sich das auch mal gönnen irgendwie schön crazy toxische dopamin liebeskummer heulen wieder zusammenkommen und off kann man alles mal ausprobieren aber irgendwann muss man vielleicht mal sagen also wenn ich mal stabile beziehungen haben will indem man vielleicht was aufbaut ist das vielleicht nicht so was richtig ja ich wäre ordentlich dankbar wenn du zu meiner situation was sagen könntest liebe grüße und mach weiter mit einer großartigen arbeit hiermit geschehen wir sehen uns bald wieder tschau ihr lieben tschau ihr lieben tschau ihr lieben